FSK 93 mit der Sendung Die Explosion des globalen Antisemitismus. Die Hartnäckigkeit eines Diabolischen. Wir wollen heute ja noch einmal von Marx und dem Antisemitismus sprechen, um zu zeigen, was man von Marx an Ideologiekritik oder Fetischismuskritik lernen kann. Wenn uns heute Antisemitismus begegnet, in diversen Formen, sei es unmittelbar, gegen das Judentum, sei es gegen den Juden unter den Staaten Israel. Etwas, was sich durch alle Formen der Judenfeindschaft hindurchzieht, ist, dass die Juden dämonisiert, delegitimiert und doppelte Standards angewandt werden, also die berühmten 3D. Die sind nun auch schon in einer Fernsehdiskussion angekommen, die der Zerstörung eines Dokumentarfilmes durch den WDR, den wir am 21. Juni 2017 beobachten, können. Vorher allerdings hat sich ausgerechnet die Bild-Zeitung, als sie für 24 Stunden eine Fassung des Filmes, die nicht gekürzt und mit laut Laufschriften versehen wurde und noch keine Untertitelung hatte, ins Internet gestellt. Dieses Ereignis ist so wichtig, dass ich sage, Marx wird uns nicht davonlaufen, auch wenn wir hier und jetzt mal über den Film reden. Ich erinnere mich an den folgenden Satz eines englischen Rabbiners. Der deutsche Faschismus kam und ging. Der Sowjetkommunismus kam und ging. Der Antisemitismus kam und blieb. Dies waren die Worte von Jonathan Sachs am 16. Dezember 2006, als Mahmoud Armini Netschad Israel als Schandfleck bezeichnete, der von der Weltkarte getilgt werden solle. Angeblich sollte das ja eine Fehlübersetzung sein. Damals, als ich das überprüfte und verneinte, fiel mir indes die Analogie zu Adolf Hitler ein. Und eines möchte ich an diesem vielleicht nicht nur für uns Deutsche denkwürdigen Tag nun aussprechen. Ich bin in meinem Leben sehr oft Prophet gewesen und wurde meistens ausgelacht. Ich will heute wieder ein Prophet sein. Wenn es dem internationalen Finanzjudentum und außerhalb Europas gelingen sollte, die Völker noch einmal in einen Weltkrieg zu stürzen, dann wird das Ergebnis nicht die bolsche Visierung der Erde und damit der Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa. Wir wissen, was danach kam. Das sagte er am 30. Januar 1939. Und wer so etwas wiederholt oder variiert, wie das bei Ahmadinejad der Fall war, muss wissen, was er sagt. Die vom iranischen Regime selber erstellte Übersetzung sollte ein Übersetzungsfehler sein. Aber Ahmadinejad hat die Äußerung auch in einem Gespräch mit einem Hetz-Buller-Sender wiederholt. Sie laute ursprünglich, wer für Menschlichkeit ist, muss auch für die Auslöschung des zionistischen Regimes als ein Symbol der Unterdrückung und Diskriminierung sein. So wurde Ahmadinejad zitiert. Im weiteren Gespräch mit dem Hisbollah-Sender sagte er, Iran verfolgt dieses Thema, also die Zerstörung Israels, mit Entschiedenheit und wird niemals von diesem Standpunkt und seiner Politik abweichen. Die Öffentlichkeit in Europa ist die Beschönigungen, die dann regelmäßig gemacht werden, schon gewohnt. Übersetzungsfehler sollen es sein. Es wäre doch nur ein Regimewechsel geplant, also als ob nicht jeder wissen muss, dass auch das schon die Vernichtung Israels von der Landkarte ist. Mein Kollege Alan Posner formulierte in der Welt Folgendes, dass auch davon absieht, den Film als bloße Dokumentation zu sehen, worin er einer These folgt, die ich selber formuliert hatte, nachdem ich die Urfassung gesehen hatte. Gegen Propaganda hilft es nicht, einen netten Essay zu schreiben, da wäre laut Woody Allen der Baseballschläger vorzuziehen, aber es schadet auch nicht. Es kann eigentlich nur helfen, die Propaganda von innen her aufzubrechen, das heißt, eine Gegenidentifikation zu versuchen. So dann auch Posner in Bezug auf den Anfang des Filmes. Der Film ist eine Gegenrede, eine Gegenrede zu jener These, die gleich in der ersten Einstellung formuliert wird, von Mahmoud Abbas, dem Präsidenten der palästinensischen Automobilbehörde. Gäbe es Frieden zwischen Israel und den Palästinensern, so Abbas, vor dem Europäischen Parlament, dann würden alle Konflikte im Nahen Osten gleich mitgelöst werden, dann gäbe es weltweit kein Terror mehr. Und da die Israelis nach Lesart des Palästinenser-Führers Schuld dran sind, dass es nicht zum Frieden kommt, so ist der jüdische Staat an all dem Leiden im Nahen Osten und am weltweiten islamischen Terror Schuld. So im Herzen Europas beginnt auserwählt und ausgegrenzt der Hass auf Juden in Europa. Gaga? Natürlich. Jeder weiß, dass Israel weder an den Bürgerkriegen in Syrien, dem Libanon, dem Jemen oder in Libyen noch am dschihadistischen Terror Schuld ist, der New York, London, Paris, Brüssel, Moskau, Istanbul und so viele andere Städte heimgesucht hat. Soweit Posene. Die Behauptung von Abbas sind am Anfang des Films bereits Thema. Ein Ausschnitt aus dem Drehbuch, hier aus der Rede von Mahmoud Abbas, dem Terroristen, Führer der Autonomiebehörde. Doch sobald diese Besatzung endet, werden die Ausreden verschwinden. Dann werden der Terrorismus, die Gewalt und der Extremismus auf der ganzen Welt und im Nahen Osten sowie in Europa und anderen Erdteilen enden. Darüber hinaus möchte ich noch sagen, dass vor nur einer Woche einige Rabbiner in Israel ihre Regierung aufgefordert haben, unser Wasser zu vergiften, um Palästinenser zu töten. Ist das nicht eine klare Anstiften zum Massenmord am palästinensischen Volk? Das ist Originalton Mahmoud Abbas, Präsident der palästinensischen Autonomiebehörde. Wie reagiert das Parlament der EU? Der Film dokumentiert das auch weiter im Original. Standing Ovations Parlamentspräsident Schulz Twittert danach eine inspirierende Rede Wie bitte? Rabbinerplanen palästinensische Brunnen zu vergiften, um deren Land zu rauben? Das ist eine der Ritualmordlegenden, die seit dem Mittelalter in Europa kursieren, um Juden zu enteignen, zu vertreiben und zu ermorden. Zwei Tage später bezeichnet Abbas diese Lüge zwar als unbegründet, aber sie ist in der Welt und in Millionen Köpfen. Gesagt hat er auch, wenn die Palästinenser zu ihrem Recht kommen, endet der Terror in der gesamten Welt. Da war doch was. Das sind doch Zitate bekannter Menschen. Es folgt der Ausschnitt aus einer Rede Julius Streichers. Das ist eine übliche in der Filmbranche bekannte Schnitttechnik, um bestimmte Zusammenhänge herzustellen. Aber diesen Zusammenhang wollte der WDR natürlich nicht. Dieser Abschnitt wird auch in dem sogenannten Faktencheck des WDRs dann gebracht. Wie ist denn nun die Kritik des WDR? Dagegen kann man doch nun wirklich nichts haben, oder? Aber es entspricht nicht der Agenda, nach der man in Europa über Antisemitismus reden soll. und worüber die Terroristenlobby oder Antisemitenlobby hartnäckig wacht. Vertreter, die zur objektiven Verblödung in Europa seit Jahrzehnten beitragen, wurden ja nun auch zu der Fernsehdiskussion eingeladen. Der Film ist so gut gemacht, dass er dieser Agenda einen Strich durch die Rechnung machen könnte. Das will weder WDR noch Arte auf sich sitzen lassen und hält den Film ein halbes Jahr zurück. Und in der Begleitsendung wird Michael Wolfson direkt ins Gesicht gelogen. Es hätte in der ganzen Zeit Kontakt mit den Autoren gegeben, in einer Sendung, die in den Augen des WDRs die Sendung unschädlich machen sollte. Das hat schon etwas mit dem zu tun, was Horkheimer und Adornos Dialektik der Aufklärung Aufklärung als Massenbetrug nennt. Wie findet nun so ein Massenbetrug statt? Im sogenannten Faktencheck beim EDR zu finden, finden wir Folgendes. Der Kommentartext fügt dem Zitat von Abbas weitere Inhalte hinzu. Rabbiner planen palizinändische Brunnen zu vergiften. Von Brunnen spricht Abbas hier jedoch nicht, auch nicht von Plänen der Rabbiner das Wasser zu vergiften. Ebenso ist in den ausgestellten Zitaten keine Rede von Landraub. Aus dieser Interpretation wird die Behauptung abgeleitet, die Rede Abbas stünde in einer Tradition, die den Juden seit dem Mittelalter vorwirft, Brunnen zu vergiften, um sie dadurch zu enteignen, zu vertreiben und zu ermorden. Abbas spricht in seiner Rede, aus der die zuvorkommenden Zitate isoliert wurden, zudem von dem Ziel einer friedlichen Koexistenz zweier Staaten, Israel und Palästina. Und weiter, deshalb ist der Vergleich von Mahmoud Abbas mit Julius Streicher aus unserer Sicht unangemessen. Julius Streicher war Herausgeber des Stürmer am antisemitischen Hetzblatt, das die Propaganda Hitlers unterstützte. Von der Lösung der Judenfrage sprach Abbas in seiner Rede in dem Sinn, wie es Streicher tat. So geht also Aufklärung als Massenbetrug. Was ist ein Vergleich? Zwei verschiedene Sachverhalte A und B werden gemäß eines Tertium Comparationes in Identität und Nicht-Identität aufgewiesen. Sicher spricht Abbas nicht von Brunnen, dessen Wasser vergiftet werden, weil ja heute vor allem das Wasser aus dem Wasserhahn kommt. Akzidentelle Bestimmungen, von denen ein Vergleich ja gerade absieht, werden zur Substanz erklärt. Jeder Idiot weiß, dass sich Geschichte nicht buchstäblich wiederholt. Und der Film behauptet das auch nicht. Das wörtliche Zitat und Zitate aus einer Rede geben nie die ganze Rede wieder, sind also immer aus dem Zusammenhang gerissen, finden wir im Film. Und um einen Vergleich ermöglichen, des Drittes zu haben, muss natürlich sprachlich das auch transportiert werden. So wird ja auch deswegen davon gesprochen, dass einige Rabbiner die Regierung aufgefordert hätten, das Wasser der Palästinenser zu vergiften und nicht davon, dass diese selber Brunnen vergiften. Jede Analogie hebt ab auf ein Terzium Comparisonis und zeigt, dass etwas Ähnliches in dieser Hinsicht Thema ist. Den Vergleich mit Julio Streifer mögen die Massenbetrüger auch nicht. Da mag man sich dann streiten. Beispielsweise die ganz redliche Silke Tempel hat das in einem Interview des NDR auch für überflüssig gehalten. Man muss nicht unbedingt darauf hinweisen, dass auch Streicher das Motiv vom Brunnenvergifter oder endet. Stimmt. Muss man nicht. Aber die deutsche Öffentlichkeit will das so, weil für sie ja Antisemitismus eh erst bei sechs Millionen vernichteten Juden beginnt. Alles andere ist eine Bagatelle. Wir erinnern uns ja an das Urteil gegen Jutta Dittfurt. Nicht in dem Elsässer Dittmurt Prozess, der bis heute noch nicht ganz zu Ende ist, soll ja noch vor ein europäisches Gericht. Der Film zitiert auch eine Forscherin, die erforscht hat, wie heute Antisemiten agitieren. Da entblödet sich der WDR nicht, das für unfair zu erklären, weil sie über dezidiert antisemitische Äußerungen spricht. Ja und? Genau dies muss man doch wissen, wenn man sie in anderen Zusammenhängen wiedererkennen will oder wie. also der Film zitiert die Forscherin Prof. Dr. Monika Schwarz Friese. Sie werden kaum erleben, dass ein Antisemit öffentlich vor dem Rathaus oder bei der Presse oder in einer Talkshow sagt, ja, ich bin Antisemit, ich habe etwas gegen Juden, Juden sind ganz schlimme Menschen. Das macht ja niemand. Da sie aber trotzdem diese Ideen, diese Vorstellungen und diese Gefühle im Kopf haben und es nicht lassen können, denn zu Antisemitismus gehört eine große Obsessivität, also eine Besessenheit eigentlich mit dem Thema, das sehen wir immer wieder bei unseren Recherchen, weichen sie aus auf sogenannte indirekte Sprechakte. Das heißt, sie benutzen Paraphrasen. Also das ist so wie Historie, Dur oder so etwas. Dürfte wie C-Dur klingen, ist einfacher zu notieren, aber man könnte das jetzt mit Histur genauso machen und wir würden den gleichen Klängen lauschen, aber das können die Antisemiten ja eben nicht. Also sie sagen nicht Juden sind das Übel der Welt, sie sagen Israel ist das Übel der Welt, sie sagen nicht Juden kontrollieren die Finanzwelt, sie grafen auf jüdisch klingende Namen zurück, Rothschild Goldman Sachs. Sie verkürzen uralte Phrasen, hieß es noch vor 45 noch das internationale Judentum, nehmen sie Juden raus und sagen das internationale Finanztum. Sie sagen nicht Juden, sie sagen jene einflussreichen Kreise, sie sagen nicht Juden, sie sagen Bäcker von der Ostküste, sie sagen nicht Juden, sie sagen die Zionisten, die Israel-Lobby. Also es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten auf Juden zu referieren, ohne ein einziges Mal den Terbenius Jude tatsächlich in den Mund zu nehmen. Ja, so geht das. So wird das gemacht. Das hat Frau Schwarz-Frieser ja auch nicht gemacht, um ausschließlich die Fälle, die sie untersucht hat, zu untersuchen, sondern sie untersucht das, um ein Licht auf das Allgemeine über gesichertes Material erkennen zu können. Gut, was macht der DDR jetzt, die Anmerkung des WDRs dazu? Die Linguistin Prof. Dr. Monika Schwarz-Friesel wird zu ihrer Studie zur Sprache der Judenfeindschaft im 21. Jahrhundert interviewt. Diese Studie hat sie gemeinsam mit Jehuda Reinhards 2012 publiziert. Darin untersuchen die Wissenschaftler über 14.000 Zuschriften an den Zentralrat der Juden in Deutschland und an die israelische Botschaft in Deutschland. Die Studie befasste sich folglich mit dezidiert antisemitischen Schriftstücken. So der WDR. Mehr steht da jetzt nicht zu in diesem Faktencheck. Ja und was soll das? Kann ich mal sagen. Was will der WDR damit sagen, wenn es vergleichbare Äußerungen anderswo gibt? Ist das denn nicht antisemitisch? Ich verzichte darauf, den WDR der Lüge zu bezichtigen, weil sie behaupten, die Studie sei 2012 erschienen, wo ich gerade auf den Beinen liegend sehe, dass das in Wahrheit 2013 war. Da ich auch schon bei die Gräuter veröffentlicht habe, wird das Manuskript schon 2012 bis dato reicht das Material wohl schon beim Verlag gelegen haben und für die Veröffentlichung vorbereitet worden seien. Also sei das geschenkt. Wir wollen ja nicht kleinlich sein und behaupten, das Buch haben die nie gesehen, weil sie nicht auf die Titellei des Buches geguckt haben. Aber das Buch hat auch eine Bibliografie, die 20 Seiten beinhaltet, wo die Forschungsliteratur herangezogen wurde. Und worum geht es? Um eine qualitative Analyse, was heute Antisemiten so sagen und das auch noch mit vollen Namen, in Briefen an den Zentralrat der Juden oder an die israelische Botschaft. Wer das Buch liest, erkennt auch, dass diese Leute genau das im Kopf haben, was seit Jahren in ihre Köpfe von Medien wie WDR und ARD eingetrichtert wurde, aber nicht nur. Die Nakba-Ausstellung, die Aktion von BDS und Co., alles, was so zur Terrorismuslobby oder Antisemitenlobby gehört, nutzen das ja auch und liefern gern Redner, Interviews, Diskussionspartner für Talkshows, die in Fachkreisen der Gegner von Antisemitismus zumindest als übliche Verdächtige gelten. Der Film spricht ja auch von einer Masse von NGOs, die Antisemitismus relativieren oder vermeintlich Israel kritisieren. Natürlich darf in einer Diskussion nie die Behauptung fehlen, man dürfe Israel nicht kritisieren und Israel-Kritik wird mit Antisemitismus gleichgesetzt, obwohl das ja wohl durchgehend andersherum ist. Denn man findet antisemitische Äußerungen in der Berichterstattung gegen Israel und kritisiert den Antisemitismus. So läuft das. Und dann kommt die faule Ausrede, man würde Israel-Kritik mit Antisemitismus gleichsetzen. So als ob Israel-solidarische Menschen nichts anderes zu tun haben, als Israel-Kritik zu sammeln und das Etikent draufstempeln Antisemitismus. Das dritte D, doppelte Standards, also dass man Israel etwas vorwirft oder etwas nicht zugesteht, was man bei anderen Staaten nicht als Problem ansieht, spielt hier eine Rolle. Mir ist allerdings kein Fall bekannt, wo Israel-Kritik nicht antisemitisch war. Darum kann ich keinen Fall anführen von Israel-Kritik ohne antisemitischen Zusatz. Das mag auch darin liegen, weil es keine anderen Staaten gibt, die überhaupt kritisiert werden. Außer vielleicht der Hund des Schwanzes, die USA. Bekanntlich wedelt ja Israel als Schwanz mit dem Hund und ist der große Satan. Aber gibt es Dänemark-Kritik, Iran-Kritik, China-Kritik? Gibt es überhaupt einen Staat, der mit solcher Obsession kritisiert wird? Warum denn nicht mal eine Staatskritik allgemein im Rahmen einer Kapitalkritik? Dann kann man den Staat des Kapitals durchaus kritisieren. Aber warum man sich ausgerechnet von Hunderten von Staaten, die es auf der Welt gibt, ausgerechnet eines der Kleinsten, gerade mal so groß wie Hessen aussucht, das muss man sich dann ja auch fragen. Warum da immer behauptet wird, man dürfe Israel nicht kritisieren, jedenfalls wenn jemand etwas Antisemitisches sagen will, wird das durchgehend behauptet, war mir schon immer ein Rätsel. Seit Jahrzehnten rege ich mich über vermeintliche Kritik auf, die keinem Maßstäben gehört, gehorcht, die an Kritik angelegt werden muss, nämlich den Gegenstand zu treffen. Diskussionen finden statt darüber, ob es legitime Israelkritik gebe. Das erinnert mich an eine Diskussion in dem arisierten Chorio-Haus, wo auf einer GEW-Veranstaltung mal nicht darüber debattiert wurde, ob es überhaupt linken Antisemitismus geben könnte. Wozu sich Eikel Geisel, der an der Veranstaltung unter anderem auf dem Podium saß, dann nachträglich noch in der Konkretäußerte. Ich war übrigens 1991 bei dieser Veranstaltung und konnte bei dem üblichen Anschließung den Kneipen besäufnis solche Leute vom Kaliver Pech dann enthemmt antisemitisch Reden hören. Und das bezog sich da nicht nur auf Israel. Aber lang ist sehr. Die Leute mögen sich heute wahrscheinlich noch nicht mal daran erinnern wollen. Aber nun mal Alke Geisel. Das Thema der Gewerkschaftsveranstaltung war aber nicht in diese schon hundertfach beantwortete Frage gekleidet. Es hieß Antisemitismus oder berechtigte Kritik an Israel. Schon die Formulierung verriet die Konfusion oder vielmehr die verdrückte verschämte Absicht. Denn logisch kann das Bindewort oder das eine Alternative ankündigt kein Fragezeichen nach sich ziehen. Standen die Lehrer also vor der Wahl sich für Antisemitismus oder Kritik zu entscheiden? Doch mit der Frage war auch schon die Antwort angedeutet. Das Beiwort berechtigt sollte, was sich für Kritik hielt, moralisch salvieren und gegen den Einwand, es gehe vielleicht antisemitisch dabei zu, unanfechtbar machen. Kritik freilich bedarf keiner Berechtigung. Wenn sie sich diese eigens bestätigt, hat sie sich bereits dementiert und in Gesinnung verwandelt. Kritik kann jeder an jedem und können alle an allem üben, selbstverständlich auch in Israel. Doch wie in zahllosen vorausgegangenen Diskussionen war es auch in Hamburg nicht Kritik, sondern der Oberton konformierender Empörung, der die Debatte um die rhetorische Frage bestimmte. So unbeholfen sich diese Gesinnung hinter dem verquasten Titel der Veranstaltung versteckte, so unverfroren und direkt kam sie in einer Forderung zum Ausdruck, welche von einer Arbeitsgruppe Palästina im Friedensausschuss formuliert worden war. Nur wenn wir uns kritisch mit Israel auseinandersetzen, können wir glaubhaft im Unterricht latentem Antisemitismus entgegentreten. Unabhängig von allem anderen Unfug dieses Satzes könnte man seiner Logik zufolge rassistischen Attacken gegen farbige Asyl suchen, nur dann glaubhaft entgegentreten, wenn man vorher Südafrika oder noch besser die USA kritisiert hat. Was Leute, die derlei formulieren, glaubhaft bestimmt nicht können, das ist begründungslos einfach als Gattungswesen dem Rassismus entgegentreten, ohne böse Juden kein gutes deutsches Gewissen. Das war 1991. In dem Film Auserwählt und Ausgrenzt wird gegen solche Dinge angegangen. Gestern wie heute nehmen vor allem die Deutschen das Übel. War doch der Antizionismus eine praktikable Lösung zur Schulterpfeer. Der Faktencheck, den der WDR unternahm, ist fehlerhafter Film, das kann man so schon sagen. Und es wird da auch noch einige Unternehmer ein Mamorandum geben, auch von dem NGO Checker sagen. So meint man genau zu sein, er hat aber gar keine Ahnung. Nicht mal vom Christentum beispielsweise. So wird eine ganz kurze Passage im Film in lächerlicher Weise kritisiert. Die Unterscheidung von Antisemitismus und Anti-Judaismus wird in verdinglichter Weise gehandhabt, so als ob das eine mit dem anderen nichts zu tun hätte. Dass Antisemitismus manchmal mit Rassismus sich verbannt, wird daher genommen, um dann alles, was am Antisemitismus nicht auf Rassismus zurückzuführen ist, als nicht antisemitisch zu deklarieren. Dass noch bis ins Dritte Reich auch religiöse Motive, trotz Bekenntnisse von Antisemiten wie Bömer, dass sie nichts gegen Judentum als Religion hätten, eine Rolle im Antisemitismus spielten und dass bis heute sich nichts geändert hat, wird übergangen. Die Autoren sprechen allerdings, um das zu vermeiden, lieber von Judenhass. Aber die drei Sätze mal vorgetragen. Das ist jetzt im Film, nicht die Anmerkung des WDR dazu. Apropos Kultur. Die christliche Kultur. Die Mutter allen Judenhasses. Jedes Kruzifik als solches des christlichen Plots. Für eine Handvoll Silberlinge haben die Juden den Messias verraten. Und man hat ja den dann auch Judas genannt. Anmerkung des WDR dazu. Diese Einordnung ist aus unserer Sicht problematisch. Das Kruzifix ist beispielsweise nicht, wie es der Text implizieren könnte, ein Symbol für Judenhass, sondern für das Schultern der Sünden dieser Welt. Wie man wissen könnte, ist der Kreuzesgedanke das gerade nicht. Er setzt ja gerade die Schuldigkeit Jesu voraus, den alten Äonen, also das alte Zeit, durch einen anderen abzulösen. Erst spätere Schichten des Gedankens machen daraus, dass Jesus gestorben sei für die Sünden der Menschheit. Dazu muss er erst einmal von der Erbsünde freigemacht werden. Darum muss zum Theologen sowas wie die unbefleckte Empfängnis Marias und die Jungfrauengeburt erfinden. Denn wer selber per Geburt an der Erbsunde teil hat, kann gerade nicht die Sündereien anderer schultern bieten. Das Kreuz allerdings als Symbol der Selbsterniedrigung Gottes bei den Christen gehandelt, ist durchaus der christliche Plot, also der Ablauf der Handlung. Da haben sie das Fremdwort auch noch nicht so verstanden, was ein Plot ist, obwohl das ja nun gerade bei Filmen und im Fernsehen eigentlich bekannt sein sollte. Die Deutung verschiebt sich nur im Laufe der Entwicklung des Christentums. Da von Antisemitismus in dem Zitat noch nicht armer die Rede ist, nicht armer im Sinne eines Überbegriffs, der auch die antike Judenfeindschaft umfasst, versteht man das nicht, was gleich kommt. Da will man doch die Tickets zur Abwehr von Antisemitismus verwenden, auch wo es gar nicht passt. Sie schreiben, die Leidensgeschichte Jesu hingegen wurde in der Geschichte von unterschiedlichen Seiten für antijudaistische Argumentationen missbraucht. Hier ist allerdings wichtig zu unterscheiden, dass der Begriff des Antisemitismus erst Mitte des 19. Jahrhunderts entstand. Antijudaismus war religiös motivierte Judenfeindlichkeit. Der Antisemitismus jedoch postulierte eine Vorherrschaft der Juden in der kapitalistischen Gesellschaft und ihre Unterlegenheit als Rasse. Dass das Wort Antisemitismus Mitte des 19. Jahrhunderts in anderer Bedeutung entstand, haben wir oft genug dargelegt. Etwa in einem Artikel Semitische Völker eines Orientalisten namens Gustav Weil. Von Unterlegenheit einer Rasse kann selbst bei den Nazis übrigens nicht die Rede sein, gelten die Juden ja gerade als intellektuell überlegen oder wie sie sagten verschlagen und deswegen für gefährlich. Eine Vorherrschaft der Juden in der kapitalistischen Gesellschaft wurde im Übrigen nicht sittlich gefordert oder wie es im Text heißt postuliert. Fremde Wörter. Fall zu gebrauchen erinnert mich immer an eine Figur in Thomas Manns Zauberberg. Dass die Juden als raffendes Kapital oder Zinsnehmer diskriminiert wurden und dem schaffenden Kapital entgegengesetzt wurden, ist eine Feststellung und kein Postulat. Hier sehen wir auch die Anknüpfung an das Thema, das wir aus aktuellen Anlass des Films und dessen Zerstörungsversuch verschoben haben, nämlich die Marx-Kapitalanalyse und Fetischismuskritik und deren Bedeutung für die Antisemitismuskritik. Das wird natürlich nachgeholt im Juli an dem Termin, wo dieses Kapitel ohnehin fortgesetzt werden sollte. Was Achman Dinetschad wollte, das Ende des Besatzungsregimes, wie seine Apologeten ja sagen, also die Vernichtung Israels, für die ersteres an Kurt ja steht, also hat auch in Deutschland Vertreter, die sich dann auch zum Film geäußert haben, mit einer Liste von unbegründeten asatorischen Urteilen, die man durchaus nehmen kann als das, wogegen der Film angeht. Der Verein heißt Bündnis zur Beendigung der israelischen Besatzung e.V. Die Lüge von der angeblichen Besatzung steht ja schon im Namen. Nicht eingedenk, dass der Begriff zumindest also juristisch, völkerrechtlich und so weiter nur für die Besetzung eines Staates gilt. Und die Waffenstillstandslinien von 1947 wären da auch nicht Staatsgrenzen, wenn diese sich verschoben haben, an dem man sich dann orientieren könnte oder so etwas. UNO-Resolutionen, also 242 werden da ja ohnehin falsch ausgelegt, wenn aus dem Räumen von Gebieten, was also Verhandlungssache ist, wenn die Gebiete umschritten sind, hat man dann in einer anderen Übersetzung, da haben wir mal wirklich einen Übersetzungsfehler, Räumung von den Gebieten gemacht. Aber die 31 Thesen, von denen ich gleich sprechen werde, zeigen im Grunde genommen auch, dass Israel für ein besetztes Gebiet gehalten wird. Da macht man dann plötzlich dann ja auch keinen Unterschied. Also dieser Verein, von dem eben die Rede in Vertretung Sassnirit Sommerfeld, die das hier erstellt hat, schrieb also Anmerkung zur Arte-Doku, der Filmemacher Joachim Schröder und Sophia Hafner auserwählt und ausgegrenzt. Also das ist der Film, den der WDR dann gesendet hat und sogar Arte 45 Stunden später auch sendete. Wer ihn noch irgendwo findet, sollte allerdings auch den Originalfilm sehen, der nicht geschnitten ist und diese üblen Stelltafeln und Laufschriften und so etwas hat, die den Film kaputt machen sollen. Aber warum eigentlich? Also da haben die da 31 Thesen oder Anmerkungen gemacht von diesem Verein und die sind eigentlich ganz verräterisch. Also die zeugen immer davon, was ihn eigentlich an einer Berichterstattung gegen Antisemitismus stört. Also die erste ist, statt sich auf den Antisemitismus in Europa zu konzentrieren, verwendet der Film den größten Teil seiner Zeit auf eine einseitige und verfälschende Darstellung des Israel-Palästina-Konflikts. Stilmittel sind Polemik, verfälschende Aussagen zur Geschichte und tendenzielle Auswahl der Interviewpartner ohne jede Gegendarstellung der anderen Seite. Ja, da fragt man sich ja jetzt natürlich, was die über Jahrzehnte an Propaganda gemacht haben. Haben die da immer eine Gegendarstellung der Juden gebracht? die israelische Botschaft angerufen und nochmal nachgefragt, ob das denn alles stimmt? Hat man die Gegenseite gehört? Nö. Sie stören sich daran, dass ihre eigene Darstellung des Israel-Palästina-Konflikts, wie sie es nennen, also eigentlich der israelisch-arabische Konflikt, dass dem nicht entsprachen wird. Man soll nicht was anderes behaupten und gar auch noch, was noch schlimmer ist, für sie begründen. Weitere These, die zwei, es wird suggeriert, Begriffe wie Finanzkapital und Wall Street seien per se antisemitisch. Warum? In dem Film ist das nicht behauptet worden. Aber sie sagen ja auch suggeriert, nicht? Das bedeutet, sie deuten das dann so um, dass das behauptet würde, weil da haben sie ein Interesse daran, dass das tut. Die Formulierung da von Hitler über raffendes und schaffendes Kapital, das hört man ja nicht so gerne, dass das da auch jemand gesagt hat, mit dem man nicht gerne in Zusammenhang gebracht wird. Wobei 2014 auf den Straßen skandierte man ja auch Hitler, 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 nicht? Also, so ist das ja nun mal nicht. Und dann geht's weiter. Drittens, die Aussage, Hitler will al-Husayni die Endlösung der Judenfrage in Palästina übertragen, ist höchst fragwürdig und historisch nicht belegt. Was daran fragwürdig ist, fragt man sich natürlich, wenn man sich mit dem Heidsch Amin al-Husayni beschäftigt hat. Da gibt es mittlerweile ja genügend Literatur drüber. Nicht auch darüber, dass da schon in den 20er Jahren auch so etwas wie Übersetzung angefertigt worden sind, dann von Schriften von Hitler, Rosenberg und solche Autoren, die Protokolle der Weisen von Zion und alles das ist ja etwas, was es dort gibt. Und al-Husayni musste ja damals abhauen und wohin ist er abgehauen? Nicht? Nach Deutschland. Ja, warum wohl? Nicht? Aus Begeisterung für Juden garantiert nicht. Und dass al-Husayni SS-Division mit Muslimen für Himmler aufgestellt hat, das ist ja auch bekannt. Es gibt genügend Bilder, wo er diese Division beispielsweise Hanscha abmarschiert. Es gibt auch Bilder, wo er mit Hitler gemeinsam konferiert. Natürlich haben die Leute keine historischen Belege gefunden. Aber es sind Aussagen darüber ja auch wiederum bekannt, dass al-Husayni verhindert hat, dass Tausende von Menschen nach Palästina auswandern hätten können. Die wurden dann stattdessen in die Gaskammer geschickt. Na gut. Oder schlecht. Der palästinändische Freiheitskampf, so heißt dann die vierte These durch Terror, wird von der Mehrheit der europäischen Linken unterstützt. Ist als Aussage im Kommentar nicht belegt und eine unhaltbare Behauptung. Naja, eine Umfrage hat man da ja so direkt nicht gemacht und wird man auch nicht direkt so machen. Schon, weil die Leute dann ja nicht mit Terror in Zusammenhang gebracht werden wollen, auch wenn sie zur Terroristenlobby gehören. Unhaltbar ist die Behauptung nicht. Und dann die übliche Floskel, weil man sich ja auch bei den Linken es nicht verderben will, die Linken werden mit Antisemiten gleichgesetzt. Geschieht zwar da nicht, aber zumal ja Linke dort auch interviewt wurden, die allerdings den Antisemitismus in der Linken kritisierten. Palästina, so geht es dann weiter, wird auf einer Landkarte als halbiertes Mandatsgebiet dargestellt, als Hälfte eines imaginierten Ganzen inklusive Transjordanien, ohne Grenze zwischen den beiden Ländern. So entsteht der Eindruck, eine Hälfte bekam die Araber, Jordanien, die anderen Palästina, war für die Juden vorgesehen. Und impliziert, und das bisschen haben die Araber ihnen auch nicht gegönnt und wollten alles haben. Nun gut, das war allerdings so, ein großer Teil wurde durch Jordanien usurpiert, könnte man sagen. Also von Besetzern kann man ja nicht reden, weil das ja kein Staat war. also manche würden sogar so weit gehen, zu sagen, ja das Jordanien ist ja eigentlich Palästina. Also das ist der Palästinenser Staat, wenn man es genau nimmt. Also was wollen die noch? Könnte man ja sagen. Und das mit mehr Recht, als was hier ansonsten über Palästina schwadroniert wird. Und dann regen sie sich natürlich jetzt auf über Raphael Aitan, also ein Haganer und Palmach Mitglied. Die wird hier als Terroruntergrund Organisation bezeichnet. Also Raphael Aitan wiederholt unwidersprochen den alten Mythos, die Palästinenser hätten mehr oder weniger freiwillig ihr Land verlassen. Dass die große Mehrheit tatsächlich das Land freiwillig verlassen hat oder auf Anweisungen könnte man natürlich auch sagen der arabischen Staaten. Wenn die Juden vernichtet sind, dann könnt ihr alle wieder zurück. Das hat man denen ja gesagt. Dass das dann nicht stattfand, war dann deren Pech. das 800.000 Juden aus diversen arabischen Staaten allerdings vertrieben wurden, darüber schweigen sich solche Leute ja immer aus. Und jetzt nochmal von Raphael Eitan ist die Rede besonders erwähnt, dass sie seien freiwillig aus Haifa gegangen, obwohl es Bildmaterial gibt, wie sie ins Meer getrieben wurden. Wie man es auf Bildern sehen kann, weiß ich nicht. 1946 und 1947 gab es nur zehn Operationen, rein symbolische Maßnahmen, außer beim King David Hotel, so Eitan, das war ein Fehler, gab es keine Opfer und wir haben in dieser Zeit nichts gegen die Araber unternommen. In Jaffa und Haifa sind die Araber freiwillig gegangen, im Februar und März 1948. Niemand hat sie gezwungen. Wir haben sie nicht umgebracht. Dem widersprechen historische Dokumente über die Angriffe zionistische Milizen auf palästinensische Dörfer und Städte. Welche historischen Dokumente? Die werden natürlich immer nie eingeführt. Eitern weiter, wir haben ihnen gesagt, geht nach Gaza und haben ihnen noch geholfen, ihre Sachen auf unseren Lastwagen zu transportieren. Sie kamen nie zurück. Warum sie das nicht taten, wird nicht erwähnt. Das nennt man normalerweise Deportation ohne Rückkehrrecht. Nö, nur wenn man behauptet, was dort nicht behauptet wird. Das ist eher nicht, dass die nicht freiwillig dort hingegangen sind, in Erwartung dessen, dass die Juden dann anschließend vernichtet sind und sie dann wieder zurückkehren können. Naja, mit Rückkehrrecht ist, davon kann sowieso nicht die Rede sein. Mit Raphael Aitam wird also ein Ex-Terrorist, so bezeichnen sich später viele Kämpfer der Beimach, als Zeitzeuge und lebende Legende interviewt. Er verbreitet historische Lügen unwidersprochen, ohne Kritik oder Nachfrage des Interviewers. Von journalistischer Distanz kann hier keine Rede sein. So, so. Und achtens, es wird behauptet, er habe zwischen den freiwillig weggezogenen Palästinensern und den aus den arabischen Ländern vertriebenen Juden einen Bevölkerungsaustausch gegeben. Kein Wort darüber, dass der UN-Teilungsplan genau einen solchen Bevölkerungsaustausch verbot. Die Juden verlassen arabische Länder ohne Rückkehrrecht. Dass die Palästinenser kein Rückkehrrecht haben, wird verschwiegen. Dass es darum überhaupt gar nicht geht, wird natürlich geflüssentlich übersehen, weil der Film redet zwar von einem Austausch der Bevölkerungen, aber damit ist gemeint, dass so in etwa die gleiche Zahl von Juden und Arabern ihr Gebiet gewechselt haben. Die Juden sind dann in den israelischen Teil gegangen und dort aufgenommen worden. Die Araber hatten da weniger Glück, weil sie in arabische Länder eben gezogen sind, bis auf die 25% Bevölkerung von Israel, die Araber sind, denen es etwas besser geht als diejenigen, die in arabischen Ländern als Faust fand gegen Israel dort in Lager gesperrt worden sind. Also das ist nicht gerade ein feiner Zug, wenn das die eigenen Volksgenossen sein sollen. Die Israelis bekamen keine ausländische Hilfe, nur tschechische Waffen. Das bezieht sich hier wieder auf den Eitan. Dieser Kommentar zum Unabhängigkeitskrieg ist historisch falsch. Das hätte ich dann ja gerne mal begründet. Haben die tschechischen Waffen, das stimmt natürlich. sonstige ausländische Hilfe, das gab es damals noch nicht. Im Zuge des Krieges verlassen 700.000 Araber ihre Gebiete. Das ist jetzt im Film gewesen. In diesen Off-Kommentar wird so getan, als hätten sie das freiwillig getan. Aber die gewaltsame Vertreibung ist nicht nur durch israelische Historiker belegt, die ist mittlerweile sogar schon im israelischen Bewusstsein angekommen. Ja, warum wohl? Also da gab es ja sogar einen Historikerstreit in Israel, nicht? Allerdings mit verschiedenen Positionen. nicht wie man denkt an den Historiker Benny Morris beispielsweise, der dann später etwas genauer wurde, der aber es auch so darstellt, dass also ein großer Teil von Arabern aufgefordert durch die arabischen Staaten, die dort angegriffen, das Land verlassen haben. Dass es partiell auch Vertreibung gab, hat ja gerade Raphael Aytan auch erwähnt. Und der Film erwähnt das auch übrigens. Das ist so das ist im Grunde geschenkt. Eher müsste man ja monieren, dass die Juden aus arabischen Ländern vertrieben worden sind. Das ist ohne Rückkehr recht, dass die Palästinenser ja irgendwie in Anspruch nehmen, aber nicht nur für die Flüchtlinge, sondern auch gleich für ihre Erben. Es werden immer mehr Flüchtlinge von Jahrzehnt zu Jahrzehnt. Sowas haben wir ja auch bei unseren heimatvertriebenen Verbänden. Da erbt man ja auch den Flüchtlingsstatus. Früher hat man das mal Revanchismus genannt. Lassen wir mal und dann wird natürlich eines der Lieblinge der Antizionisten die Nakba Ausstellung erwähnt und die in diesem Film angegriffen wird und wie sie meinen diffamierend dargestellt. Der Off-Kommentar wird da zitiert die Nakba Wanderausstellung verbreitet heimatvertriebenen Kult und deutet Geschichte um. Tatsache ist, diese Ausstellung zeigt erstmalig die andere Seite der Ereignisse von 1947-48 nämlich aus palästinensischer Sicht. Ja, so einseitig wie dort wurde es natürlich vorher noch nie dargestellt. Die vorherigen Darstellungen waren differenzierter. Und dann kommt Mufti Jehosein also unser Haj Amin Al-Hoseini und Yasser Arafat werden eine Linie gestellt. Denn Yasser Arafat die Oslo-Abkommen unterzeichnet und später Friedensnobelpreisträger war, wird mit keinem Wort erwähnt. Naja, wer alles schon Friedensnobelpreisträger war, da muss man sich schon schämen so einen Preis anzunehmen. Ausführlich kommt dann hingegen Stefan Grieger zu Wort, Chefideologie der Antideutschen. Ja, das alles kann man hier schon gar nicht mehr bringen. Es läuft immer wieder auf dasselbe hinaus. Also da wird nun moniert, die Ursache der palästinensischen Terror rutscht in den Meldungen nach hinten. Ist eine Verdrehung von Ursache und Wirkung. Ja, da sollte man dann doch mal die Zeitung alle durchblättern, wo über Israel berichtet wird. Also, wenn es palästinensischen Terror gibt, wenn Raketen auf Israel abgefeuert werden, hört man erstmal nichts. Das ist regelmäßig so. Es sei denn, man hat gute Beziehungen zu israelischen Medien und bekommt das dann irgendwie über Facebook und andere Medien dann mit. Aber was immer auffällt, ist, erst wenn Israel mal eine Verteidigungshandlung begeht, dann wird plötzlich darüber berichtet. Der Fokus hatte sich ja auch auch mal darin verstiegen zu schreiben, Israel droht mit Selbstverteidigung. Das ist natürlich eine tolle wenn sie mit Selbstverteidigung drohen, dann sind sie daran schuld, wenn sie angegriffen werden. Und eine Szene wird dann noch benutzt, das wurde auch in Gaza gedreht. Gaza wird als toller Ort eingeführt, die Einreise wird von israelischer Seite her als völlig problemlos dargestellt. Nebenbei ein kleiner Seitenhieb auf Jürgen Totenhofer, der ja einmal durch einen Tunnel nach Gaza gekommen ist. Dass seit Jahren kein israelischer Journalist und kein Israel-Kritiker eine Einlassreiseerlaubnis erhält, bleibt unerwähnt. Die Hamas hingegen treibt den Menschen die Tränen in die Augen. Allerdings ging es darum, dass dort vier Flaschen Alkohol für einen palästinälischen Freund mitgebracht werden sollten. Das war mit den Tränen in den Augen. Wird hier nicht gebracht. Das ist übrigens dann in dem geschnittenen Film ohnehin rausgenommen worden. Man versteht das ja dann gar nicht, wenn man diesen gar nicht gesehen hätte. Ja, und die übliche Kritik nicht bei Gaza nicht militärische Güter lassen die Israelis rein. Eine simple Anfrage bei der israelischen Militärbehörde nach der Einfuhrliste für genehmigte Güter hätte erhellende Einsichten gebracht. Als ob die Autoren nicht wüssten, dass es auch Güter gibt, die auch militärisch genutzt werden könnten. Das hatten wir auch schon beim Zweiten Weltkrieg. Die Industrie konnte natürlich dieselben Schrauben für militärische Panzer oder Flugzeuge die im Krieg eingesetzt werden herstellen. Aber das kann man natürlich auch in einen Kühlschrank einbauen. Das ist alles überhaupt gar kein Problem. Und so etwas geht hier also wirklich unendlich weiter. Wird natürlich moniert. wenn einer sagt gelegentlich unterlaufen den Israelis Fehler Bruch des Völkerrechts wäre passender. Nein, das wäre nicht passender. Dazu müsste man dann erstmal Beweise bringen, dass so etwas überhaupt stattfindet. Das ist in dem Film ist das ja ohnehin gar nicht mal Thema. Man hätte das, dass ein Staat im Krieg auch Fehler begeht ist ja wohl klar. Das beliebte zynische Wort Kollateralschäden besagt ja auch so etwas. Unterscheidet immerhin dann die Absichten von Nebeneffekten. Und da machten sie auch mal ein Zugeständnis nicht. Immerhin wird erwähnt, dass die Mauer auf weiten Strecken auf palästinensischem Gebiet errichtet wurde. Kein einziger Satz jedoch über die UN-Resolution und den internationalen Gerichtshof, wonach die Mauer und das Besatzungsjuliemen völkerrechtswidrig sind. Was auch wiederum nur Behauptungen sind, aber das können wir jetzt heute nicht mehr diskutieren. Das geht dann immer so weiter und wir hören dann nochmal den Schluss 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 Vielen Dank.